Musik Unsere Kunden können davon ausgehen, dass wir mit ihnen ehrlich, vertrauensvoll und respektvoll umgehen werden und die Leistungen, die wir erbringen, sind zu 100% sicher. Musik Rosier zählt zu den großen Autohausgruppen in Deutschland. In 17 Städten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein gehen wir mit Leidenschaft dem Verkauf und dem Service von Automobilen nach. Diese Leidenschaft währt nun schon seit 90 Jahren. Bereits in der dritten Generation wird unser Unternehmen mit Stammsitz in Menden von der Familie Rosier geführt. Musik Unsere Wurzeln reichen bis in das Jahr 1927 zurück. Damals eröffnete Heinrich Rosier im Sauerland eine Tankstelle mit Werkstatt und legte damit den Grundstein für eine Unternehmensgeschichte, die geprägt ist von Fortschritt, Wachstum und Innovationen. Aus einem kleinen Kfz-Betrieb wurde so in neun Jahrzehnten ein erfolgreiches Mehrmarkenunternehmen, das heute deutschlandweit tätig ist. Musik Ich habe ja den Großvater von Herrn Rosier, habe ich ja schon gekannt. Unter dem habe ich ja schon hier gearbeitet. Unter seinem Vater habe ich hier gearbeitet. Also wenn man ein Anliegen hat, dann wird auch Gehör geschenkt. Kontinuierlich wurde das Unternehmen ausgebaut. Zunächst im Sauerland, dann nach der deutschen Wende in Stendal in der Altmark, wo einer der größten Standorte neu errichtet wurde. Die Autostadt Rosier. Seit 2006 sind wir auch im Paderborner Land zu Hause, wo eine Mercedes-Benz-Vertretung mit sechs Betrieben und 200 Mitarbeitern übernommen wurde. Heute ist Rosier auch auf Deutschlands nördlichster Insel Sylt und darüber hinaus mit der jüngsten Erweiterung im Jahre 2016 im Braunschweiger Land und im Harz vertreten. Man merkt eben halt, dass es ein Familienbetrieb ist mit relativ kurzen Wegen und schnelle Entscheidungsfreudigkeit und es macht grundsätzlich Spaß hier zu arbeiten. In 24 Autohäusern vertreiben wir die besten Premium-Automarken der Welt. Audi, VW, Peugeot, Smart und Mercedes-Benz. Trotz unserer Größe bleiben wir als Familienunternehmen stets regional verwurzelt. Nah an unseren Kunden und nah an unseren Mitarbeitern. Herzstück unseres Unternehmens sind die Menschen. Die Gemeinsamkeiten sind da, sind die geblieben, dass es immer eine große Familie war. Zukunft des Automobils, ja, ich glaube, da dürfen wir gespannt sein. Wir haben die richtigen Marken, ob Mercedes, Audi, VW, alle Marken sind sehr zukunftsorientiert und ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit den Marken weiterhin erfolgreich sein werden. Denn die Mitarbeiter sind es, die unser Unternehmen ausmachen, die mit viel Leidenschaft und Liebe zu Autos und zu den Menschen den Servicegedanken an den Rosierstandorten leben. Denn als Kunde erwarten sie von uns zu Recht besten Service und eine erstklassige Beratung. Wir setzen alles daran, sie zufriedenzustellen. Getreu unserem Unternehmensmotto, Leistung, die bewegt. Und zwar nicht nur Autos, sondern vor allem auch Menschen. Darauf können sie sich verlassen. Mit dem guten Namen Rosier und den Menschen, die dahinter stehen. Herzlich Willkommen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017